Und damit hoffentlich willkommen zurück. Lasst mich mal kurz schauen. Zur Sins of the Solar Empire. Ich glaube, das schaut gut aus. Und ich bin hier gerade dabei, diesen Planeten zu verteidigen. Wird aber eng. Es sind eine Menge Piratenschiffe. Wenn da nicht bald Verstärkung kommt, muss ich dieses Schlachtschiff zurückziehen. Und dann habe ich ein Problem. Und meine Verstärkungen sind gerade irgendwo. Geht so. Bauter komplett. Muss man mal schauen, ob sich das hier einrenkt oder nicht. Ich bin noch ein bisschen fleißig am Forschen. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Die KI. Also wenn die jetzt gegen eine solche KI im 1 gegen 1 kämpfen, dann hätte ich ein riesiges Problem. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt forschen. Weil schaut mal, der Gelbe hat hier zwei Planeten. Das war's. Na, wie will die KI das machen? Ohne Geld. Eines unserer Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Ja, das ist ein Problem. Das wird verlieren. Schon viel besser. Mal sehen, ob ich den noch hier rausbekomme. Dass der sich aber gedreht hat, stirbt er wahrscheinlich komplett. Na, vielleicht dann kommt er noch. Ich hoffe es zumindest. Hätte nicht gedacht, dass die Piraten so stark sind, aber das wird nichts mehr. Ja, das Schiff verlieren. Das tut weh. Und das zweite Schiff werde ich wahrscheinlich auch verlieren. Ja. Da stirbt es. Der ist von Level 4. Das geht, aber ein Prozentat des CRW. Schauen wir mal, ob wir uns nicht hier doch in der Nähe des Sprungs... Ah, sind hier alle tot, ne? Dass wir wegspringen können, wenn's ernst wird. Das war nicht so klug gemacht von mir. Jetzt muss ich's halt neu aufbauen, ne? Und das ist teuer. So ein Träger, der kostet nicht mehr. Das war, das war teuer. Ah, hilft nix. Muss ich sparen, muss ich warten. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Ihr habt schon längst einen Auftrag bekommen zu springen. Was solltet ihr denn überhaupt? Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Warte, wo? Was? Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Was ist das denn? Die Schäde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Ja, der stirbt auch gleich. Ich glaub, das ist verbuggt. Ich glaub, die sind tot. Ich beobachte die mal, aber ich glaub, die bewegen sich kein Stück. Was sehr schade wäre. Na endlich! Was soll zerstört werden? Ich glaub nicht, dass die sich auch nur ein Stück bewegen. Aber verbündete Flotte ist eingetroffen. Phasensprung abgeschlossen. Sehr bescheiden ist alles. So schnell! Aufgepasst! Na ja, schau'n wir mal. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Oh, das tut weh. Zusätzliche Credits benötigen. Ich sollte auch nicht so viel mit den Piraten rumhantieren, aber das sackt sich immer so leicht. Nur schnell! Vor allem, wenn halt der Großteil meiner Flotte hier im Nirwana festhängt. Na endlich! Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Geben Sie mir doch mal was zu tun! Da drüben schaut's ganz böse aus. Was soll zerstört werden? Oh je. Ich weiß nicht, ob der Titan sich lohnt. Wenn ich jetzt auch den Titan gehe, aber ich brauch erst noch hier das Ding. Ja, und dann brauch ich noch mehr Militärlabore. Warum ist hier eins? Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Und den Rest müssen wir gucken. Ich weiß halt nicht. Hier die Piraten, die tun schon sehr weh. Ich dachte, es hieß so, ja, nicht das Geld ausgeben für Piraten. Die sind schwach. Die machen ordentlich Schaden. Gut, ich hab nicht viel zum Verteidigen. Das wird der Grund sein. Dennoch, tut's weh. Oh, ich glaub, die kommen näher. Langsam. Ich weiß nicht, wo die rumbacken, aber es wird langsam. Also sind sie nicht ganz verloren. Bereit! Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Kurs setzen. Warte mal, ist das überhaupt ein Großkampfschritt? Ja doch, muss so. Unser Planet wird belagert. Alle Energie auf den Sprungantrieb. So, ich hätte auch gern die Gardaflack-Fregatte. Die ist gut. Glaube ich zumindest. Hier oben schaut's jetzt aber so aus, als könnte man was gewinnen. Das wäre sehr nützlich. Unsere Flotte wird angegriffen. Oh nein. Wenn die jetzt angreifen, das sieht ganz so aus, als zumindest ein bisschen. Na, da müssen wir mal schauen. Forschung abgeschlossen. Das hier tut halt weh, ne? Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Was soll zerstört werden? Hm, weiß nicht. Bauwerk komplett. Gefällt mir noch nicht so gut hier. Forschung abgeschlossen. Verbündete Truppen werden angegriffen. So. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Na toll. Bauwerk komplett. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Zeit ist knapp. Aber hier oben, das schaut ganz okay aus. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Den Rest, den muss man halt gucken, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich eine zweite kleine Werft brauche, aber erstmal will ich sie nicht abreißen. Phasensprung auf mein Signal. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Oh, oh, wo? Piraten sind unterwegs. Das ist böse. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Das ist böse. Der baut eine Titanidienst dabei. Wo haben die das Geld her? Das täte mich mal nicht interessieren. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. So, dann müssen wir jetzt helfen gehen. Obwohl, warte, ich muss mich erstmal selbst verteidigen. Eine gute Entscheidung. Ihr seid lustig. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Bauwerk komplett. Wir gewinnen zwar hier, wenn wir hier drüben verlieren, aber das ist der Hauptplanet nur. Ja, das müsste schon ein bisschen durchhalten können. Hier unten weiß ich aber nicht, wie ich das jemals besiegen soll. Keine Ahnung. Forschung abgeschlossen. Aber ich schaue jetzt auch mal, dass ich vielleicht irgendwie einen Titan hinbekomme. Weitere Forschung nötig. Nur schnell. Was soll zerstört werden? Forschung abgeschlossen. Aufgepasst. Ich bin so gut wie erledigt. So, da jetzt in den Nuklearsprensatz rein. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Nur schnell. Da fliegt er. Und macht gar keinen Schaden, muss ausschauen. Das soll zerstört werden. Na, pro Sekunde. Ja, okay. Ich dachte, das wäre stärkbar. Na, na ja. Es geht. Es geht. Nur schnell. Zeit ist knapp. Was soll zerstört werden? Aber wir gehen hier auch viele Schiffe kaputt. Was nicht nice ist. Vielleicht wäre mir Raketenfreakatte doch gar nicht das dümmste. Unsere Flotte wird angegriffen. Raketenfreakatte. Die da. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, ja. Wie immer. Hoffentlich kann man das hier oben verteidigen. Müsste aber. Was soll zerstört werden? Wir haben ein Problem mit dem Krieger. Komm, Link online. Das sehen wir gleich. Was soll zerstört werden? Was soll zerstört werden? Höre laut und deutlich. Zeit ist knapp. Forschung abgeschlossen. Aufgepasst. So. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Unterwegs. Das ist ein Riesenproblem. Nur schnell. Wir gewinnen zwar da drüben, aber wir verlieren auf zwei anderen Fronten. Das ist sehr schlecht. Piraten mischen sich da auch noch mit ein. Wir sind auch noch ewig viele Piraten unterwegs. Das ist halt nix. Dauer. Alles bereit, ein paar Mücken zu erledigen. Weiß ich nicht. Wer ist denn, wenn ich... Sie haben ein Problem mit dem Jäger? Forschung abgeschossen. Leichter Träger. Genau den will ich. Zusätzliche Credits benötigt. Vielleicht kann ich da zwei Stück bauen und dann helfen die mir. Ich weiß es nicht. Nur schnell. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Was soll zerstört werden? Der hält noch was aus. Zeit ist knapp. Aber auf Dauer wird das auch nicht besser. Was soll zerstört werden? Höre laut und deutlich. Höchste Zeit. Zeit ist knapp. Ja, knifflig. Ich weiß nicht, ob und wo ich was bauen soll. Das macht es natürlich schwierig. Komm Link online. Fasensprung klar. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Toll. Das ist nicht gut. Alle Geschütze bereit. Nicht ausreichende Metalle. So, hier drüben geht auch noch alles in die Bünsen. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Zeit ist knapp. Solange wir hier gewinnen und den Rest verteilen, passt das. Aber irgendwie macht er hier nichts. Ich hoffe, bloß die Sternenbasis hält das durch. Aber ich glaube das fast nicht. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Was soll zerstört werden? Bestätigt. Höchste Zeit. Geht's doch da hin. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Der Fehl wird ausgeführt. Unsere Flotte wird angegriffen. Ich hoffe, der hat recht. Bestätigt. Da drüben, ja. Ja, das ist das Problem. Ich würde da auch gerne hingehen. Aber... Alle Geschütze bereit. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Jetzt geht's rund. Bauwerk komplett. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. So wird Raumschrott gemacht. Forschung abgeschlossen. Zeit ist knapp. Jetzt geht's rund. Ich hab was für mich. Wenn ich die ganzen kleinen Fliegen hier vernichten kann, dann geht's vielleicht besser. Aber ansonsten... Zeit ist knapp. Alles bereit, ein paar Mücken zu erledigen. Oh, dann macht mal. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. So. Wir kommen, wir kommen. Wir helfen, wir helfen dir auf deinem Planeten. Aber jetzt muss ich meinen schützen. Sorry. Das ist das Problem. Das ist doch kein Hauptplanet, aber... Wir müssen das hier schon durchdrehen. Planetenentwicklung abgeschlossen. So. Nur schnell. Jetzt geht's rund. Wie ist der Plan? Unser Planet wird belagert. Bauwerk komplett. Okay. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Das Schiff sollte weg, der Drohnen führer. Ich glaube, der ist ganz wichtig, dass der wegstirbt. Wie schaut's denn da drüben jetzt wirklich aus? Alliierte Verstärkung. Na, das hält noch. Es sieht böser aus, als es ist. Auch wenn man das nicht glauben mag, aber es ist tatsächlich so. Alle Geschütze bereit. Zeit ist knapp. Was jetzt, Commander? Nur schnell. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. So, nachdem wir das jetzt hier verteidigt haben, springen wir da rüber. Wir müssen ja helfen, ne? So, fürchte dich nicht, die Verstärkung kommt. Keine taktischen Plätze verfügbar. Das ist natürlich jetzt doof. Taktische Kapazität. Dahin. Großkampfschiffabrik benötigt. Noch nicht. Kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. What? Warum? Das greift euch an. Orange ist böse. Orange ist nicht euer Freund. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. LOL. Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört. Also irgendwie verlieren wir lauter Großkampfschiff. Und das Ding ist halt immer noch da. Naja, was weiß ich. Bis ich da bin... Großkampfschiffabrik benötigt. Wird knifflig. So, kann ich jetzt... Verbündete Truppen werden angegriffen. Planetenentwicklung abgeschlossen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Oh, hier geht noch was. Kann ich noch einmal verkaufen? Ja. Bäm. Halbwarte. Doch, das passt. Das ist sehr gut. Ruft sie rein und springt endlich. Jetzt bin ich sehr gespannt. Höre laut und deutlich. Okay. Bereit. Eine gute Entscheidung. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wir müssen da jetzt halt wirklich reinspringen und Schaden machen. Die schießt. Die ist nicht schlecht. Die Fregatte. Ich frage jetzt, ob ich dem ein bisschen unter die Arme helfen kann mit Geld. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Super Waffen. Das ist nicht gut. So, wie kann ich jetzt Verstärkungsgeld drüber schicken? Wie kann ich Geld geben? Bauwerk komplett. Unsere Flotte wird angegriffen. Gar nicht wahrscheinlich, oder? Muss ich das erst erforschen? Phasensprung abgeschlossen. Klingt nutzlos. Ah. Keine Ahnung. Unsere Verstärkung greift in die Lange. Da müssen wir jetzt aber rein, sonst wird das nichts mehr. Sehr weit. Phasensprung klar. Die Frage ist, was greifen wir an von den ganzen tausend Zielen, die wir haben. Alle Energie auf den Sprung. Eine gute Entscheidung. Alarmjäger starten. Kampfstationen. Vorpreschen. Phasensprung auf mein Signal. So, erstmal langsam anlegen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Komm Link online. So, jetzt kommt meine kleine Flotte. Die wird nicht viel machen, aber vielleicht lenkt sie genug ab, weil das tut weh. Das tut schon sehr weh. So, weitere Verstärkungen. Ich muss da jetzt halt rein drittern. Es geht nicht anders. Flottenkapazität. Flottenkapazität. Dann kann man hier noch Schilderhüllen. Schilderhüllen. Zusätzliche Credits benötigt. Schilderwürfe. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Genau. Zusätzliche Credits benötigt. Na. Das wird dann tatsächlich was für die nächste Episode. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.